Herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe des Golfpost Talks. Heute mit drei Themen, einem neuen Weltranglisten Ersten, dem Zustand der deutschen Golfanlagen und dem Zustand von Phil Mickelsen sozusagen. Mit dabei habe ich heute drei Gäste. Aus der letzten Woche kennt ihr schon Michael Basche, Golfjournalist, Golfbetriebswirt, Golfbetriebsmanager, um genau zu sein, und Buchautor des fantastischen Werkes 101 Dinge, die man über Golf wissen muss. Und auch Frank Adamowicz ist wieder dabei, ehemaliger Playing Pro auf der Challenge Tour, bis heute immer noch Teaching Pro im Golfclub St. Leonrot, außerdem war er Serienmeister in den 2000er Jahren mit seinem Golfclub in St. Ausland Leonrot und lange auch Nationaltrainer. Nachher haben wir auch gleich noch den Stuart Orn dabei, den stelle ich euch dann vor, wenn es Zeit ist. Und jetzt möchte ich erst mal Frank und Michael begrüßen. Hallo ihr zwei. Hallo, hallo, hallo. Liebe Golferinnen, hallo. Die Golfwoche hat einen Mann an die Weltranglistenspitze gespült, von dem man es wahrscheinlich nicht unbedingt erwartet hätte, zumindest nicht vor sechs Wochen. Denn vor sechs Wochen hat er zum allerersten Mal auf der PGA-Tour gewonnen und seitdem noch zweimal, das heißt drei Wiener in fünf Starts macht den 25. Führenden der Weltranglistengeschichte. Scotty Schäffler, im Vorgespräch habe ich da schon geteilte Meinungen gehört. Frank, Scotty Schäffler, Weltranglistenerster, während wir nebenbei mal auf die Weltrangliste schauen wollen. Deine Meinung dazu? Ich glaube, selbst für Golfinsider ist das eine Mordsüberraschung, weil den Namen, ich will nicht sagen, den kennt man noch nicht so richtig, aber so ganz hat man den noch nicht so gespeichert für sich. Und da sieht man mal, wie die Weltrangliste so geführt wird, beziehungsweise die anderen Namen, die wir da auch sehen, ich sage mal, wie unkonstant alle so spielen. Nichts gegen Scotty Schäffler, ein super Golfspieler, das wäre ja Quatsch, wenn ich was anderes sagen würde. Aber den als Nummer eins sehe ich eigentlich nicht wirklich. Aber im Moment ist das halt. John Rahm spielt nicht konstant genug. Dann Dustin Johnson fehlt da irgendwo vorne. Rory McIlroy, den ich immer sehr schätze, wo ich denke, das ist ein Megagolfer. Die spielen halt alle nicht konstant genug. Und Scotty spielt sehr konstant. Und wie du sagst, drei Siege in fünf Turnieren, das gibt es selten. Hat es lange nicht gegeben. Ja, jetzt ist er mal Nummer eins der Welt. Im Golf ist ja immer die Frage mit dieser Weltrangliste, was die hier wirklich aussagt, nicht aussagt. Es muss so eine Weltrangliste geben. Aber ich finde immer, ob das jetzt der beste Golf der Welt ist. Im Moment aktuell ja. Aber was heißt das schon? Ich finde, er hat sich ja bei drei ganz unterschiedlichen Turnieren bewiesen in den letzten sechs Wochen. Zuerst die Phoenix Open gewonnen. Wir erinnern uns an die Bierduschen und den Bierregen am Partyloch. Das nächste Turnier Arnold Palmer Invitational. Weitaus anspruchsvollerer Golfkurs. Ganz anderes Feld. Jetzt im Matchplay bestanden. Ich meine, wer, wenn nicht er, der so unterschiedliche Turniere gewinnt und sich auf allen Bühnen beweist, wer ist denn ein besserer Weltranglistenerster, Michael? Oder bist du wenigstens zufrieden mit ihm? Zufrieden ist, glaube ich, nicht das Maß, zumindest nicht meine Zufriedenheit, die man anlegen muss. Er ist einfach schlichtweg momentan tatsächlich der beste und offensichtlich auch der am breitesten aufgestellte Golfer. Wie man lesen konnte, hat er sich gerade in den vergangenen Monaten enorm beim Putten, sprich auf dem Grün, verbessert. Und du hast es schon erwähnt, er hat drei völlig unterschiedliche Turniere gewonnen. Er hat zwei unterschiedliche Spielformate für sich entscheiden können. Frank hat genauso recht. Die Weltrangliste ist da ein bisschen komisch. Ich bin überhaupt kein Zahlenmensch, aber ich sage mal so, Schäffler hat sicherlich vergangenes Jahr unter seinem Niveau gespielt. Und wenn er jetzt innerhalb von sechs Wochen drei Turniere gewinnt, dann spült ihn das natürlich richtig nach vorne. Ich glaube auch, dass er aktuell ein verdienter Weltranglistenerster ist. Klar, das ist, finde ich, immer phänomenal, wenn einer vorne ist, der noch keinen Major gewonnen hat, der eigentlich immer eher ein Underdog war. Ja, also wir haben eigentlich auf Scotty Schäffler eher gewartet, dass er nun mal endlich was Großes gewinnt. Und jetzt macht er das innerhalb von sechs Wochen. Ich hatte eher Morikawa auf dem Schirm, Hoffland auf dem Zettel, dass die John Ram sozusagen von der Spitze ablösen. Aber ja, wenn zwei sich streiten, dann freut sich halt der Dritte. Und wenn er so spielt wie Scotty Schäffler, jetzt auch wieder seelenruhig, abgezockt, mit 25 Jahren, cool, der wirklich dann auch Mr. Matchball, Kevin Kistner abgefertigt hat, und das war ja nun auch wahrlich kein knappes Finalergebnis gestern, dann muss man sagen, ja, hat er verdient. Genau, bei der Gelegenheit schauen wir uns direkt noch mal kurz das Ergebnis an von letzter Nacht. Da sehen wir Scotty Schäffler mit 4 und 3 hat er Kevin Kistner, Kistner, ja, man kann schon fast sagen, eingeäschert. Zu keinem Zeitpunkt hat er hinten gelegen. Tatsächlich hat er, glaube ich, wenn ich es richtig, mehr als 50 Löcher während dieses Matchplay-Turniers nicht hinten gelegen. Lag entweder immer vorn oder mindestens gleich auf mit seinem Kontrahenten. Das finde ich auch eine beeindruckende Serie. Die wenigsten Duelle, die er da gespielt hat beim WGC-Matchplay-Event, waren eng. Und damit hat er sich, ja, ich denke doch, kann man sagen, verdient, diesen dritten Sieg in fünf Wochen geholt. Frank, du hast es eben angesprochen, die Weltrangliste im Golf ist so ein bisschen immer wieder Thema, wie wird sie geführt. Sie wird ja sehr ähnlich, in Tennis ist es zum Beispiel sehr ähnlich. Da hat die Weltrangliste allerdings auch eine viel größere Bedeutung, weil es nebenbei keine Rankings gibt. Wir haben hier im Golf natürlich die Saisonwertungen, FedEx Cup, Race to Dubai und wie sie auf allen anderen Toren noch heißen. Schätzt du diese aktuelleren Rankings, denn die Weltrangliste bezieht sich ja immer auf die letzten zwei Jahre, schätzt du diese Saisonwertungen, diese Order of Merits als wichtiger ein als die Weltrangliste? Würde ich so sagen, ja. Und nochmal ein Satz eben, ich habe nochmal hingeguckt, also ich bin ja golfverrückt und ich gucke auch gerne Golf im Fernsehen, aber es ist nicht böse, ich jetzt gemeint, ich glaube, viele werden es genauso sehen wie ich. Die vier, die da gestern Abend gespielt haben, weiß ich nicht. Auch Kevin Kistner ist ein toller Spieler, ich weiß, aber der lacht ja nicht einmal, der verzieht ja immer im Gesicht, als wenn ihm irgendwas weggenommen hätte. Also das sind jetzt nicht so die Leute, also für die würde ich jetzt nicht auf dem Golfplatz rennen, sage ich ganz ehrlich. Alles gute Golfer. Und ich meine, und diese Bürde, die er jetzt hat, Martin Keimer war ja auch mal Weltrangliste Nummer eins, habe ich damals auch mal gesagt. Martin Keimer war damals einer mega geilen, super Form. Aber die Nummer eins zu sein, ist natürlich schon, wow, das ist auch eine ganz schöne Bürde. Die Nummer eins war halt, das kommt wieder mit Tiger Woods, das ist klar, der war über Jahre da oben an dieser Spitze. Mittlerweile wechselt das ja einmal relativ schnell, das kann der nächste Woche schon wieder, wenn der John Ramel muss, gewinnt, schon wieder wechseln, dann ist der schon wieder Nummer eins. Also das war nicht damit, da ist ja keiner wirklich konstant lange da. Vielleicht ist Scotty Scheffler jetzt über Jahre nach oben, kann das sein. Aber deshalb ist es immer so, jeder, der Golf spielt, weiß ja, was ich meine. Golfspiel ist so komisch, das sind so schwierige, verschiedene Dinge. Und wie du sagst, es gibt die Jukitour, die US-Tour, es gibt die Afrika-Tour, es gibt so viele Touren, die kommen ja nicht immer alle so zusammen. Im Tennis gibt es halt eine Tour, die unterspielen die alle alle. Und Djokovic Nadal, wie die heißt, die gewinnt sich halt doof und dämlich. Da weiß man es fast schon vorher irgendwie. Es muss Ranglisten geben, es macht ja auch irgendwie Spaß, da hinzugucken, aber es sagt nicht immer das aus. Aber das ist von der Scheffler, das ist natürlich ein mega-Golper. Also darüber müssen wir gar nicht reden. Aber ist es nicht vielleicht gerade schön, dass im Tennis zum Beispiel in den letzten 18 Jahren gab es vier Personen an der Weltranglistenspitze, bis das jetzt kürzlich endlich mal durch eine fünfte Person abgelöst wurde. Tiger Woods hat zig Jahre die Weltranglistenspitze blockiert. Ist es nicht schön, auch jetzt mal ein bisschen Abwechslung drin zu haben, eben vielleicht nicht diese Konstanz? Warum sehnen sich immer alle nach einem Dominator, Michael? Lass mich kurz noch was vorwegnehmen, weil Frank es gerade angesprochen hat. Wir haben vergangene Woche darüber diskutiert, warum es nicht so viel Matchplay gibt. Das hast du einem der Gründe gerade geliefert, Frank, weil es dann halt zu Sonntagssituationen kommt, wo dann keiner der Spieler bei aller Qualität einen so richtig vom Stuhl zieht. Weil Kevin Kistner dieses, mir hat gerade einer irgendwie die Petersilie geklaut, zum Prinzip erhoben hat. Das macht es dann halt nicht so spannend, als wenn man sich, was weiß ich, 56, 60 Spieler in der Finalrunde anguckt, wo immer mal irgendeiner dabei ist, der ein bisschen mehr Pepp, mehr Temperament hergibt. Das ist das eine. Das zweite ist, es liegt, glaube ich, einfach schlichtweg am Goldsport. Also ich will gar nicht so sehr auf dieses Weltranglistengezähle raus. Ich bin ohnehin kein großer Zahlenmensch, aber es liegt einfach am Goldsport. Du spielst Tennis auf einem abgegrenzten Feld, da gibt es die Verhältnisse gleich. Wenn du zwischendurch regnest, dann gehst du vom Platz und es ist Pause. Wir spielen Golf immer noch in der Natur bei aller Bearbeitung von Plätzen und Manikürtheiten etc. Aber Golf ist ein Spiel in der Natur. Das ist von ganz vielen Imponderabilen gekennzeichnet. Und genau so spielt sich das dann auch in den Rankings ab. Da ist mal der, da ist mal der, da kommt mal der besser zurande in der Verbindung mit der Tagesform. Und wenn Tiger Woods, was weiß ich, 700 irgendwas Tage oder keine Ahnung, den Platz 1 blockiert hat, dann liegt das einfach an seiner Ausnahmestellung, die er hat. Es ist halt nochmal eine andere Dimension von Spieler gewesen. Und momentan haben wir ja, glaube ich, das, was sich wie man so schön sagt, die Spitze ist sehr breit geworden. Ich glaube, Berti Fuchs hat das mal gesagt. Aber das ist genau der Punkt. Wir haben in den Top 10 zwei Spieler über 30, Justin Johnson und McIlroy. und alle die anderen, die jungen Leute ganz vorne, die können alle morgen, übermorgen, wenn die mal heiß laufen, Weltranglisten Erster werden. Das kann sich nächste Woche beim Masters schon wieder ändern. Dann geht Schäffler runter, das kann passieren. Und wir haben einen anderen vorne, weil er vielleicht das Masters gewonnen hat. Aber das ist, glaube ich, das Interessante. Nicht gegen Nadal und Federer und Djokovic. Doch, gegen Djokovic habe ich schon das. Aber das ist was anderes. Aber das ist ja alles toll. Aber ich finde, diese Breite macht es echt total spannend. Dann kann ich auch langweilige Finalrunden aushalten. Als letzte Frage zu dem Thema, denn ich bin inhaltlich eher bei dir, Michael. Ich muss aber auch sagen, dass ich auch finde, dass Scotty Schäffler abseits seines sportlichen Erfolges etwas die Strahlkraft fehlt. Wer glaubt ihr denn ist momentan die Strahlkraft Nummer eins? Wer wäre denn danach Weltranglisten Erster? Wer ist das beste Zugpferd momentan? Also ich fange jetzt mal an, weil ich muss ehrlich sagen, John Ram ist ein temperamentvoller Kerl. Das ist manchmal auch nicht so ganz toll. Ich bin da absolut Fan von solchen, für mich, wie man so schön sagt, cool Dudes wie Victor Hoffland oder Colin Morikawa. Aber ich finde die einfach klasse. Die haben für mich eine Strahlkraft. Die haben für mich einen Spirit, einen Esprit, der rauskommt. Das finde ich großartig. Und da können wir uns, glaube ich, auch noch ein paar spannende Sachen. Und Scotty Schäffler ist, ich habe mal vor geraumer Zeit ein Porträt von ihm gelesen. Das ist einfach, glaube ich, ein netter Kerl, ein normaler Kerl. Sind die alle wahrscheinlich, aber der eine hat ein bisschen mehr und der andere ein bisschen weniger. Ja. Und mir fehlt nach wie vor immer noch Meckleroy. Meckleroy hat schon eine gewisse Zielkraft. Meckleroy ist schon eine Ausstrahlung, auch für die jungen Leute, die mit Wolf anfangen oder so. Das ist schon jemand. Aber da fehlt dann manchmal auch sogar das Gefühl. Das klingt immer doof, der letzte Biss, da alles zu wollen. Der will bestimmt auch, aber das kommt manchmal nicht so ganz rüber. Also, aber ja, du hast schon recht, wie Michael auch sagt, weil es zu viele sind, macht vielleicht die Sache interessanter und jeder kann sich auch wiedererkennen, auch wenn man mal jetzt so Golfspunktechnisch mal anfängt, wenn man den Scotty Schäffler schwingen sieht und den Füßen im Pfeffermann zuguckt. Da gibt es ja manchmal ganz interessante Aufnahmen, da übertragen, da denkst du, der fällt gleich auf die Schnauze. Aber er steht immer noch am Schluss und der Ball fliegt noch geradeaus. Finde ich auch gut. Also, dass nicht immer alles so perfekt ist, finde ich schon gut. Das ist ein bisschen mehr, das meine ich, dass sich da jeder im normalen Golf auch so ein bisschen wiedererkennt. Wunderbar. Dann sind wir, ich sage jetzt einfach mal durch, mit Scotty Schäffler, zumindest für jetzt und hier. Ich denke, er wird uns noch einige Zeit erhalten bleiben. Wie lange an der Weltranglistenspitze werden wir sehen. Kommen wir zum nächsten Punkt für heute. Und zwar von der Weltranglistenspitze geht es jetzt an die Spitze der deutschen Golfanlagen sozusagen. Und zwar haben wir heute eingeladen, den Stuart Orm. Stuart Orm ist Geschäftsführer des Golfparks Steinhuder Meer sowie Golfpark am Deinster und außerdem Vorstandsmitglied im BVGA, dem Bundesverband Golfanlagen in Deutschland. Und in eben dieser Funktion möchten wir jetzt mit ihm, möchte ich jetzt mit ihm sprechen. Und zwar über den Zustand der Golfanlagen. Wir stehen vor einer neuen Saison. Wir kommen aus einer ganz komischen Zeit, die irgendwie auch noch nicht so richtig vorbei ist. Corona-Pandemie ist das Stichwort. Überhaupt hat sich die Welt in den letzten Wochen sehr verändert. Was das alles für den Golfsport bedeutet, vor welchen Problemen und Aufgaben die Golfclubs gerade stehen und was das für uns Golferinnen und Golfer bedeutet, das möchte ich jetzt mit Stuart besprechen. Hallo und herzlich willkommen. Hallo, danke. Stuart, ich habe dich gerade vorgestellt als Vorstandsmitglied des Bundesverbandes Golfanlagen. Wie sieht es aus in deutschen Golfclubs? Wie ist erstmal ganz generell die Stimmung vor der neuen Saison? Wenn ich hier an die letzten zwei Wochen denke, hat die Saison ja irgendwie auch schon so ein bisschen angefangen. Jetzt kann ich hier aus dem Zentrum von Köln natürlich nicht für die ganze Republik sprechen. Weiß nicht, ob das Wetter überall gleich gut ist. Aber ja, wie sieht es aus? Wie ist die Großwetterlage in Golf Deutschland? Ja, also grundsätzlich, glaube ich, hat das der frühe Sommer, sage ich, nehme ich mal so, schon viel zu beigetragen, dass die Goldplätze gefüllt sind. Die meisten Golferlagen laufen auch schon mittlerweile auf Sommerbetrieb oder nahezu Sommerbetrieb. Und im Großen und Ganzen können wir uns, glaube ich, nicht beschweren. Also der Golfsport ist definitiv jetzt kein Corona-Verlierer gewesen. Ob es jetzt wirklich der große Corona-Gewinner ist, wie viele Leute immer wieder sagen. Und dieser große Boom, der jetzt gekommen ist, das möchte ich ein bisschen bezweifeln. Aber nichtsdestotrotz auf den Golfanlagen finde ich zurzeit ist die Stimmung sehr, sehr gut. Die Golfer haben viel Spaß, spielen deutlich mehr Golfrunden als jemals zuvor. Gerade in den Winterzeiten, wo durch Corona auch andere Sport und andere Aktivitäten ein bisschen eingeschränkt waren, war der Golfbereich definitiv ein Riesenschlager. Es gibt Golfeanlagen, die haben jetzt einfach mal als Beispiel Winter 2021 Umsatz oder nicht Umsatz, mehr Runden von über 600 Prozent auf der Anlage verzeichnen können. Und das bei Nieselwetter, Minusgraden, das hat die Golfer echt nicht abgehalten. Die haben weitergespielt. Ja, das ist also echt gut. Da möchte ich gleich die erste Frage anschließen. Der Boom, den der Golfsport während der Corona-Zeit erlebt hat. Es ist natürlich jetzt eine Prognose, um die ich dich bitte. Aber wie nachhaltig wird das sein? Ist das eine Reaktion gewesen sozusagen auf die Umstände? Was anderes als Golf kann ich gerade nicht machen. Also versuche ich es halt mal. Jetzt so langsam, man kann wieder Mannschaftssport machen, man kann wieder in Hallen, ins Fitnessstudio. Also man kann im Grunde ja wieder machen, was man möchte. Wie blickst du darauf? Verschwinden die Leute alle wieder? Nein, glaube ich nicht. Also ich glaube auch, diesen Boom durch Corona, also lass uns mal das vielleicht nicht unbedingt einen Boom nennen. Wir reden von Pluszahlen von 2, 3 Prozent, die wir im Golfbereich gewinnen konnten. Das ist ja nicht wirklich ein Boom. Das wäre für mich Richtung 10, 12 Prozent und mehr. Aber was eben funktioniert hat, ist, ich glaube, die Golfanlagen haben in den letzten 20 Jahren viel dazu beigetragen, dass Golf einfach mal als Sport anerkannt wird. Und diese Öffentlichkeitsarbeit, die in den letzten 20 Jahren betrieben worden sind, in Kombination mit jetzt plötzlich Golf durfte weitergespielt werden und ist dadurch ja auch viel in der Presse drin gewesen, Ich glaube, das hat uns zugeführt, dass wir vor allem einen großen Nach- oder Zuwachs an jüngeren Golfern hatten. Jüngere Golfer als in, ich sage mal, der Altersklasse 25 bis 45 ist eben doch sehr spannend zu sehen. In unseren Golfkursen drinnen findet man kaum noch ältere Leute. Auch der Bereich Familien und Jugend hat sehr, sehr stark zugenommen im Vergleich zu den ganzen letzten Jahren, wo wir gerade da eher Verlust zu verzeichnen konnten. Und ja, ich glaube, es ist nachhaltig, aber wir Golfeanlagen müssen natürlich auch uns anpassen. Das heißt, wir können nicht weiter hingehen und sagen, gut, unser Kuckleben findet statt durch, ich sage mal, Herren-Golf, Damen-Golf, Senioren-Golf, sondern wir müssen jetzt wirklich auch wach werden und sagen, gut, jetzt haben wir da eine Leute, nenne ich es mal, als jüngere Leute, die reinkommen, die einfach ein bisschen Spaß werden wollen, die einfach ein bisschen Attraktivität haben wollen, die in der Gastronomie sich auch wohlfühlen wollen, wo die Turniere, die Events mit reinkommen, die wir denen anbieten können. Und das muss nicht immer gleich ein Handicap-wirksames Turnier sein, sondern einfach auch mal eine Spaßgerunde, eine Get-Together und so weiter und so fort. Und da müssen wir dranbleiben, weil wenn wir das nicht tun, ja, die neuen Golfe, die jetzt reinkommen sind, sind auch ganz schnell wieder weg. Und wenn ich das einfach mal sage, ich bin jetzt 40 Jahre alt, probiere Golf aus, spiele ein, zwei Jahre, habe keinen Anschluss gefunden, das sind doch alles alte Leute, ruckzuck bin ich dann eben weg und gucke mir was anderes an. Und dementsprechend stehen wir auch da vor einer kleinen Herausforderung. Vor Herausforderungen ganz anderer Art stehen die deutschen Golf-Clubs sowieso, denn am ehesten kriegt man es momentan an der Tankstelle mit, dass sowohl Rohstoffpreise mittlerweile auch dem Endverbraucher sozusagen ins Portemonnaie schlagen. Oben drauf kommt die Inflation, die so hoch ist wie seit vielen Jahrzehnten nicht mehr. Wie schlägt sich, wie wirkt sich das auf Golf-Clubs aus derzeit? Ja, also grundsätzlich ist es eine Zeit der Umstellung für uns Golf-Verlagen, angefangen mit Corona-Maßnahmen, Einheiten und so weiter und so fort. Kaum hatten wir das so ein bisschen überstanden und hatten gedacht, wir wissen, wie es weitergeht, kam das nächste Jahr wieder mit ganz anderen Corona-Vorschriften. Dann während dieser zweiten Corona-Phase im Winter kam das neue World Handicap-System auf uns zu, welches wir umsetzen mussten, wo wir auch unsere Mitglieder für reinkriegen mussten. Also auch da eine ganze Menge an Arbeit machen und tun, samt auch der Umstellung des Deutschen Golf-Verbandes mit diesem ganzen Handicap-Verwaltung und was da alles hintersteckt, war auch wieder komplett neu. Und kaum haben wir das so ein bisschen gemeistert, stehen wir da und warten aktuell im Schnitt zwölf bis sechzehn Monate, bis die Treibung-Rentspälle, die wir bestellt haben, überhaupt geliefert werden. Also Lieferengpässe ohne Ende. Wir sind die ganze Zeit nur am Vorordern, teilweise weit, weit im Voraus. Letztes Jahr habe ich auf meine Golf-Verlagen keine bedruckten Lochfahnen hingekriegt, weil die einfach nicht geliefert werden konnten. Dafür habe ich sie im August letzten Jahres bekommen, kann sie dies ja benutzen. All solche Sachen sind schwierig. Natürlich jetzt auch die steigenden Kosten jagen uns wirklich einen kleinen Schrecken ein und es wird viele Golf-Verlagen auch, glaube ich, hart treffen, wenn ich mir überlege, dass wir grob Energiekosten von nahezu, ich sage einfach mal eine Zahl, 100.000 Euro für eine Einlage haben, sei es Strom, Wasser, Gas, Dieselkosten und so weiter und so fort. Und das von heute auf morgen, wo wir fast mit 100% Steigerung rechnen können, tut weh. Weiter hat man dann den letzten Angestellten, die natürlich auch dastehen und sagen, hey, ich brauche jetzt viel, viel mehr Geld, um zur Arbeit zu kommen und wieder zurückzukommen. Das heißt, die Anfragen auf Personalkostensteigerungen stehen natürlich an, passen natürlich auch zu den Inflationszahlen. Also auch da gehen die Kosten hoch. Mit anderen Worten, so eine Golf-Verlage hat dann einfach mal so 150.000, 200.000 Euro mehr Kosten, ohne dass sie jetzt irgendwie sagen kann, ich biete mir, sondern ich habe sie einfach und damit müssen viele Golf-Verlagen klarkommen. Und es gibt leider auch viele, viele Golf-Verlagen, die das nicht einfach so wegstecken werden. Hat sich das denn schon ausgewirkt auf, sagen wir mal zum Beispiel sowas wie Green-Fee-Preise, Mitgliedschaften oder steht das noch an? Wann trifft es sozusagen die Golferinnen und Golfer? Ich glaube, das wird uns hauptsächlich zum Ende des Jahres beziehungsweise in der Vorbereitung auf die Saison 2023 treffen. Wir dürfen nicht vergessen, dass die meisten Golf-Anlagen ja ihre Jahresbeiträge am Anfang des Jahres haben. Das heißt, die große Not, die da so ein bisschen kommen könnte, wird jetzt noch nicht festgestellt. Das wird erst zum Mittsommer, Herbst eben feststehen. Sagen wir es mal so, wenn die Kosten so bleiben oder gar weiter steigen, gehe ich davon aus, dass die Kosten auch im Golf-Bereich sich anpassen werden müssen. Das heißt, wir werden für 2023 mit Beitragserhöhungen, Green-Fee-Erhöhungen und Ähnlichem rechnen müssen. Aber es ist klar, wenn überall die Kosten um 5 bis 10 Prozent steigen, wie so eine Golferanlage das wegstecken, ohne es aufzumachen. Holen wir Frank und Michael wieder dazu, denn auch die beiden sind seit Jahrzehnten im Club-Leben sozusagen in ganz unterschiedlichen Rollen aktiv. Ja, Frank, wir sind wieder da. Frank, dann bleiben wir gleich bei dir, wo ich jetzt einmal deine Aufmerksamkeit habe. Golf-Club St. Leon Roth, inwiefern erlebst du das da? Natürlich bist du da jetzt als Teaching-Pro wahrscheinlich nicht in die Bestellung des neuen Bunkersandes involviert. Aber wie wirkt sich das im Club bei euch aus? Was bekommst du damit? Ganz ehrlich, dafür kann ich keine vernünftige Antwort geben. Aber das wird alle Clubs zu treffen, wie das du gesagt hast, auch bei uns natürlich, ist das ja klar. Wir haben halt das ganz große Glück, dass wir halt einen megagroßen Förderer haben, wo wir alle hoffen oder denken, dass das immer irgendwie ausgeglichen wird. Das ist unser großes Glück. Für einen normalen Golf-Club sieht das schon ein bisschen anders aus, definitiv. Aber zu dem Thema, wir haben Sommerbedingungen, die Woche war es schön warm. Was mich immer viel mehr nervt, sind andere Dinge, dass die Leute denken, ja, warum ist noch kein richtiges Gras? Das sieht alles noch so komisch aus. Hey, das weiß, glaube ich, von uns vielen jeder, das Gras wächst erst mal nur, wenn es nachts eine gewisse Temperatur hat. Die hat es aber nie gehabt. Wir haben ja jetzt immer noch nachts irgendwie 0 Grad und es wird dann mittags schön 20, 22 Grad. Wir hauen dann mal wieder 22 Grad. Aber so schnell wächst das Gras ja nicht. Diese Ungeduld macht mich bei den Leuten eher immer ein bisschen mehr, finde ich immer schrecklich. Also wo ich immer denke, ihr wisst doch selber, wie die Sache so läuft. Und ja, jetzt mal Spritkosten hin und her, schlimm, klar. Aber du hast eben ein gutes Beispiel gesagt. Für uns kam jetzt neuer Bunkersand. Wir haben, glaube ich, ich muss nicht lügen, mit Übungsbunkern, keine Ahnung, 200 Bunkers. Wow, was da für Sand alleine reingeht. Dann haben wir so ein bisschen schöneren, helleren Sand gekauft. Und wenn die Leute sagen, ja, da ist das und das oder dann haben wir vor zwei Jahren heißen Sommer gehabt, dann die wissen gar nicht, was das kostet. Wasser! Das Wasser fällt dann nicht irgendwie, ja, ihr habt doch einen Brunnen. Ja, wir haben ja nicht 17 Brunnen, dass wir das Wasser umsonst da ausholen können. Also ich glaube, dass wir das wohl auch bestätigen können, dass die Leute manchmal sich aber auch wirklich zu wenig Gedanken machen, was alles dahinter steckt, um erstmal die normalen Kosten immer alles so zu decken. Das ist ja alles, wenn einer zu Hause einen Garten hat, der weiß er selber, wenn er einen Garten schön pflegen will, dass er da alles reinhauen muss. Und wir haben 235 Hektar, wow, ich weiß nicht, ich glaube, 3000 Sprenger-Dinger oder so, wenn das Wasser daraus kommen soll. Aber das kommt ja mir nicht zugeflogen. Also ich kann so den Kosten nichts sagen, aber mich nervt immer so die Ungeduld von den Leuten, die kein Verständnis haben, dass das ja, wir haben zwar März, wir haben keinen Winter gehabt, in Anführungsstrichen. Also bei uns war nicht ein Tag Schnee. Ist ja kein Winter für mich. Wir haben auch tagsüber immer noch Plus gehabt, aber nachts auch Frost. Aber es wächst doch noch lange nichts. Michael, vielleicht kannst du uns ein bisschen in deiner Eigenschaft als Golfbetriebsmanager ein bisschen aufklären, ohne jetzt vielleicht den aktuellen Sandpreis auf dem Weltmarkt zu kennen. Den kenne ich nicht. Der würde mir wahrscheinlich auch Angst einjagen, weil ich habe es vor geraumer Zeit mal geschrieben, Sand gehörte mittlerweile schon zu den sogenannten seltenen Erden. Von daher ist das ein Riesenthema. Und ich kann nur das unterstreichen. Und da ist Stuart natürlich noch mal ganz weit vorne als Experte. Ich bin ja nur derjenige, der zwischendurch mal ein bisschen hier und da reinhört. Das ist tatsächlich ein Riesenthema. Und es fängt bei Golf, bei Range-Bellen an und hört beim Sand auf. Es hört bei Düngemitteln auf. Die gehen immer höher. Die Preise gehen in die Luft weltweit. Wir müssen darüber nicht reden. China als Hauptdüngemittelproduzent. Rohstoffknappheit, Lieferprobleme, Produktionsengpeste, gestiegene Kosten, dazu die generelle Inflation. Das ist im Grunde genommen eine ganz, ganz breite Range, die sich da für die Golfanlagen auftut. Und da können wir alles mögliche herausgreifen. Wie gesagt, es fängt bei Range-Bellen an und hört bei Sand auf, bei Beregnungsrohren oder Abwasserrohren, was auch immer dazukommt, von den Betriebsmitteln, Diesel und so weiter, gar nicht zu reden für die Maschinen. Das ist ein riesengroßes Thema. Und ich glaube, ich persönlich glaube, das geht uns ja allen auch in unserem normalen, in unserem Privatleben so. Wir haben das Ende dieser Fahnenstange noch längst nicht erreicht. Da kommen wahrscheinlich noch ganz andere Sachen dazu. Und mich würde interessieren, um das nochmal den Stab an Stuart weiterzugeben, wie kann eine Golfanlage sich jetzt schon darauf vorbereiten? Ich meine, die Stromrechnung oder die Energierechnung kommt am Ende des Jahres oder Anfang des nächsten Jahres. Aber was könnt ihr jetzt schon tun, um ein bisschen in diese Richtung zu arbeiten? Es geht ja nicht nur um die gesteigerten Kosten, sondern ja auch darum, das Produkt vorzuhalten für den Kunden. Also Bestellmanagement und was alles mit dazugehört. Ja, genau. Also ja, zum einen wissen wir ja mittlerweile durch die letzten zwei Jahre Erfahrung, was es jetzt an Lieferengpässen gibt. Und da läuft es eben darauf hinaus, dass man eben rechtzeitig versucht, teilweise bis zu 16 Monate im Voraus, irgendwelche Rennspälle zu organisieren oder andere Sachen zu bestellen. Allerdings muss man auch dazu sagen, da helfen uns auch unsere Zulieferer, die mittlerweile auch deutlich im Voraus sozusagen planen und ihre Sachen sozusagen einkaufen und ihre Lager vergrößern, um uns dazu helfen. Was die Kosten angeht, natürlich klar, es ist reines Marketing, BWL, erste Klasse nach dem Motto, erst mal überlegen, was habe ich denn überhaupt in der Tasche, was kann ich ausgeben, wo wird sich das Ganze hin entwickeln? Das Problem, was wir vielleicht haben, ist, dass wir glücklicherweise mittlerweile einen sehr, sehr hohen Stand an Golfplatzqualität haben. Das heißt, es ist nahezu egal, wo man hingeht, in jedem Bundesland, in jeder größeren Stadt gibt es mindestens zwei, drei, vier größere, bessere Golfanlagen, die mit einer echt hohen Qualität arbeiten. Auch die normalen Golfanlagen gibt es mittlerweile eigentlich nur noch in anständiger bis guter Qualität. Aber das gibt wieder unser Problem. Auf der anderen Seite, da ist nicht viel Platz, um irgendwie großartig Geld zu sparen. Wenn ich jetzt hingehe und sage, gut, dann verzichte ich eben zwei Jahre auf neuen Bunkersand oder ich düngere nur noch die Hälfte oder ich arbeite mit weniger Personal, dann wird sich das sofort auf die Qualität der Golfanlage auswirken. Und wenn nicht auf die Golfanlage, dann zumindest auf die Zufriedenheit der Angestellten, was wiederum umkehrschluss dann die Zufriedenheit unserer Kunden darstellt. Wenn das Sekretariat überfordert ist, weil sie mit zu wenig Personal zu viele Überstunden schiebt, dann ist klar, dass die nächste Betreuung eines Kunden, eines Griefespielers, eines Mitglieds, wie auch immer, nicht so positiv ausfällt, wie es sein soll. Es ist also, an der Stelle muss man tatsächlich gucken, inwieweit man vielleicht irgendwelche Maßnahmen weiter digitalisiert, sei es jetzt zum Beispiel mit dieser Online-Score-Karte oder Online-Anmeldung für Turnieren. Das heißt, Abläufe noch mehr strukturieren, schneller machen. Aber auch all das wird es nie und nimmer schaffen, irgendwie den Greenkeeper auf dem Platz zu ersetzen. Und auch wenn die Mähroboter mittlerweile auf dem Vormarsch sind, sie sind noch nicht da. Auf manchen Golfplätzen funktioniert es teilweise schon, aber es ist noch nicht wirklich serienreif. Also von daher, all das sind jetzt Kosten, die man nicht einfach so wegblücken kann. Und jetzt zu sagen, dass man mit, ja, von heute auf morgen einfach mal 10, 15 Prozent mehr Mitglieder reinkriegt, dass es, damit ist leider auch nicht zu rechnen. Also von daher, gutes BW. Ich hätte noch mal eine Frage jetzt an den Stuart, und die Frage ist nicht böse gemeint. Ich habe jetzt noch mal, bitte, das ist nicht böse gemeint, aber ich glaube, das ist ein bisschen wichtig nochmal. Ich habe deinen Verband noch nicht verstanden. Macht ihr Beratung an die Golfplätze? Golfplätze können sich bei euch melden, sagen, wir kommen nicht klar, könnt ihr uns helfen? Nicht böse. Ich glaube, die Frage sollte man noch mal klären. Was ist dein Verband? Welche Aufgaben hat er denn? Oder was macht ihr? Ja, erzähle ich gerne. Also der Bundesverband Golfanlagen ist vom Prinzip eine Vereinigung von betriebswirtschaftlich orientierten Golfanlagen. Das heißt, es sind hauptsächlich Betreibergesellschaften. Du weißt ja, auf dem Golfmarkt haben wir in Deutschland in etwa 60, 65 Prozent der Golfanlagen werden rein als Ehrenamt geführt und 35 Prozent unserer Golfanlagen werden von Firmen geführt, ja wie deine ja auch, wo effektiv jemand dahinter steckt. Ich sage mal, der große Unterschied ist, die Inhaber unserer Golfanlagen dürfen vieles alleine entscheiden, wenn es darum geht, Maßnahmen zu treffen, stehen aber Ende des Tages allerdings auch mit ihrem eigenen Portemonnaie da, wenn es eben nicht klappt und müssen eben ziehen und nachlegen. Und die haben zum Teil andere Interessen oder andere Gesichtspunkte und wir bei uns konzentrieren uns hauptsächlich darum, wie man eine Golfanlage effizienter laufen lassen kann, wirtschaftlicher laufen kann, am Ende des Tages mehr Gewinn aus einer Anlage rausbringen kann, wie man eben eine Verlustanlage in den Gewinnbereich hineintreiben kann, wie man die Zufriedenheit der Kunden steigern kann und all solche Punkte ist eben bei uns ganz groß im Vordergrund und dazu haben wir eben den Verband, der dafür sorgt, dass wir uns auch gegenseitig unterstützen, weil wie es so schön heißt, das Rad muss nicht neu erfunden werden, jeder von uns hat eine gute Idee und diese Ideen werden eben in diesem Verband sozusagen gesammelt und weitergeleitet, um den Golfplätzen zu helfen. Fand ich nochmal richtig, weil es war irgendwie nicht so ganz klar, also finde ich, die, die hier zuhören, die können sich dann bei euch melden. Wenn einer sagt, ich brauche was, dann so. Genau richtig, genau richtig. Fantastisch. Dann hat Frank heute auch schon was gelernt, allein dafür hat sich doch unsere Aufzeichnung schon gelohnt. Und damit setzen wir jetzt hier einen harten Cut. Wer die letzte Sendung verfolgt hat, der weiß, dass unser dritter Part eingeleitet wird mit einem Kommentar des Werten Michael Basche. Michael, ich hoffe, du hast auch diese Woche wieder was vorbereitet. Ja, ich habe natürlich was vorbereitet und ich habe es ja auch vergangene Woche schon angekündigt. Wir müssen dringend mal über Phil Nicholson reden, der gerade für jede Menge Gesprächsstoff sorgt. Ich zähle mal kurz auf, Superstar, Hall of Famer, über 50 Profisiege, sechs Majors, dazu ältester Major-Sieger aller Zeiten und, und, und. Als Spieler ist Phil the Thrill genial, menschlich wird er dem Namen derzeit eher auf seltsame Weise gerecht. Erst nervt er nach dem Gewinn der PGA Championship vergangenes Jahr auf Kiowa Island, bei allem Respekt vor der Leistung an sich, mit seiner Eitelkeit und seinen permanenten, teils überheblichen Selbstinszenierungen. Das mag ja noch Geschmackssache sein. Okay, dann macht er einen riesen Fass zum Umgang der PGA-Tour mit den Medienrechten auf, mit dem Recht der Spieler am eigenen Bild. Er vergreift sich zum ersten Mal mächtig im Ton dabei. Man kann sicherlich über die Politik und das Geschäftsgebaren in Pontevedra Beach, also im Hauptquartier der PGA-Tour, eine Menge auch kritische Worte verlieren, aber die Tour als Diktatur zu bezeichnen, es geht echt zu weit. Und wenn Nicholson dem Commissioner Jay Monaghan und seiner Organisation Zitat, widerliche Gier Zitat Ende vorwirft, dann hat er dabei wahrscheinlich eher in den Spiegel geschaut. Und zum Schluss kommt dann noch raus, dass Nicholson mit Greg Norman und den Saudis heimlich gemeinsame Sache macht und mit drei anderen noch unbekannten Spielern sogar tatkräftig die juristische Konstruktion eines Konkurrenz-Circuits unterstützt, sprich finanziert hat. Und dass ihm völlig egal ist, mit wem er sich da einlässt, sein Zitat von den Scary Motherfuckers wiederhole ich jetzt nicht, es ist ihm also egal, mit wem er sich einlässt, Hauptsache er kann die Tour aushebeln und in meiner Wahrnehmung hat er damit den Bogen endgültig überspannt. Nicholson ist momentan abgetaucht, die Tour hat ihm wohl nahegelegt, sich mal selbst in die Ecke zu stellen, wie früher in der Schule und auf mehr oder weniger sanftes Drängen von Augusta National übt er sich auch für das Masters nächste Woche in Verzicht. Man darf jetzt gespannt sein, ob er bei der PGA Championship im Mai zur Titelverteidigung überhaupt antritt. Aber egal wie, wer derart Maß und Mitte verliert wie Nicholson und mit einem erklärten Gegner paktiert, der hätte auch verdient, auf Lebenszeit gesperrt zu werden, dann soll er doch bei seinem Intrigen-Intimus Greg Norman spielen. Oder wie ich es formulieren würde, aus dem begnadeten Kurzspieler ist ein Falschspieler geworden und sein Spitzname Lefty steht neuerdings vor allem für linke Bazille. Für mich ist Phil Nicholson vom Publikumsliebling zum Parier geworden und erst die Zeit wird zeigen, ob er sich nicht aus lauter Selbstgefälligkeit und Selbstüberschätzung weder in einer Handvoll Monate das sportliche Lebenswerk von über 30 Jahren versaut hat. Ich habe fertig. Vielen Dank dafür, Michael. Ja, harte Worte in Richtung Phil Nicholson. Ich hoffe, er erholt sich von diesem Schlag. Ich auch. Wollen wir das vielleicht auch noch mal kurz ernsthaft ansprechen. Ich muss ehrlich sagen, auch bei mir hat er ganz viel Kredit verspielt, denn eigentlich könnte man ja auch sagen, gerade er, der so viel vom Golfsport profitiert hat mit jahrelangen Eskapaden schon weit bevor es überhaupt in irgendwas sowas wie die Saudi-League oder dieses Gedankenspiel auch nur gab. In seinem Privatleben lief vieles nicht so richtig. Da haben ihm viele Menschen geholfen und auch der Golfsport geholfen. Equipmenthersteller haben ihm geholfen, als er mit vielen Millionen in der Kreide stand aufgrund von Wett- und Spielschulden. Er hätte also eigentlich und das sind nur zwei Beispiele, ganz viele Gründe, um ein bisschen mehr Dankbarkeit an den Tag zu legen. Frank, legen wir Michael und ich die moralische Messlatte zu hoch oder ist vielleicht doch irgendwann dann auch mal gut? Also ich muss echt sagen, Michael, sensationell, ein Megakommentar. Ich kann jedes Wort davon unterschreiben. Leider, leider, weil er ist ja bei den Fans beliebt. Das ist ja erst ein Zugpferd. Wir haben wegen Weltagnostik und Schäffler rauf und runter gesprochen. Mittelsen wäre ja, ist ja ein Zugpferd. Aber das haben wir jetzt verloren. Und ich meine, wenn er mal ganz alleine zu Hause in sich geht, dadurch als Tiger wurde es auf die Tour gekommen, es ist gut geworden, es sind die Preisgelder explodiert bis heute. Ob wir eine weltweite Präzisionen haben, ob wir Schwierigkeiten haben, was auch immer, die Tour wächst und wächst und wächst, finanziell meine ich jetzt. Wenn man jetzt mal guckt, vor zwei Wochen Players, Championship-Sieger, der Sieger 3,6 Millionen, der Vierte wird immer noch eine Million. Und dann so ein wirklich dummes Interview zu geben, wie er gemacht hat, ich bin überrascht, weil Ende 40 ist ein vernünftiger Mann, man weiß gar nicht, was ihn da geritten hat. Und das ist sehr schade. Und ich glaube, behaupte, die Tour hat ihn gesperrt. Ich meine, da kann er als Mastersieger immer teilnehmen eigentlich. Und er spielt nicht mit. Und das macht er, wenn er irgendwie könnte, der würde das spielen. Ganz klar. Aber die wird ihn gesperrt haben und dass es so weit kommen muss, ist eigentlich traurig. Aber viele seiner Spielekollegen haben ja auch schon darauf geantwortet. Auch in Mecklenburg hat gesagt, ich glaube, ich weiß nicht, was bei dem los ist, wenn wir mal ganz ehrlich sind, was wir jede Woche verdienen können. Und das ist ja Wahnsinn und so muss man es auch sehen. Schade. Ich glaube, das wieder heile zu machen, schwierig. Schade. Stuart, ich weiß, das Profigolfgeschäft ist nicht mehr so ganz deins, aber Phil Mickelson kann man ja gar nicht nicht kennen. Wie geht es dir als Golfer, als Golffan damit, dass so ein über Jahrzehnte lang dominierendes Zugpferd des Golfsports sich in wenigen Wochen so selbst ruiniert? Ja, ich glaube, für die Golfwelt ist das große Problem, wie wir es ja vorhin schon gesagt haben, viele unserer neuen Profistars sind ja, ich nenne es mal, auf der Golfanlage emotionsneutral. Wenn man das als Golflehrer betrachtet, ist das der beste Weg, um erfolgreich Golf spielen zu können, aber diese Emotionen, dieses Showbusiness, was dazugehört, um die Medien zu begeistern, das haben wir vor ein paar Jahren echt groß gehabt, auch mit Tigerboards, auch mit Phil McClisson, Sergio Garcia und wie sie auch alle heißen, das waren einfach Leute, die haben nicht nur ihr Bestes gegeben und haben Erfolg gezeigt, sondern sie waren mit Leib und Seele dabei, was man heutzutage ein bisschen vermisst. Und wenn ich jetzt hier wieder einen Spieler sehe, der leider Gottes, oder in diesem Fall nicht aus Altersgründen oder nicht aus Spieltalentgründen effektiv sich von der Tour verabschiedet, das auf einer so Art und Weise, dann ist das echt sehr, sehr traurig und ich werde ihn auf der Tour sehr vermissen, aber ich kann absolut verstehen, dass das geht nicht, das macht man einfach nicht, das gehört nicht dazu und von daher hoffen wir mal, dass sehr schnell wieder was Neues kommt, welches mit so viel Charakterstärke auf die Golfanlage geht und das Publikum mitreißt. Noch ein Punkt zu Wickels, in alle Sponsoren, er hat sehr gute Sponsoren gehabt, fast alle haben gesagt, Schluss, Ende und einer hat noch so, warte noch so ein bisschen, wow, das ist auch ein Hammer, das ist auch, das machen die auch nicht so einfach. Und es gibt noch eine Anmerkung, die ich da jetzt gerade nicht reingepackt habe, einer wie Phil Mickelson mit dem Namen, der geht bei der PGA Tour jede Tür auf, wenn der Bedürfnis hat zu reden und wenn der sagt, pass mal auf, ich habe da ein Problem oder ich habe da irgendeine Ungerechtigkeit oder irgendwas ausgemacht, lass uns mal bitte darüber reden, so wie es zum Beispiel Tiger Woods gemacht hat, der sich nicht so aus dem Fenster gehängt hat, sondern das ganze Thema intern angesprochen hat, die haben einen Spielerbeirat, Roy McIlroy sitzt, saß mit drin und ist im Advisory Board, im Policy Board und was auch immer. Also man kann diese ganzen Themen ansprechen und wenn man das dann auf die Art und Weise wie Phil Mickelson macht, dann hat das nichts mit einer, sagen wir mal, seriösen Hinwendung zum Thema zu tun, dann geht es um, Mickelson geht es nur um Mickelson und das macht es so schlimm, finde ich. Besser hätte ich es auch nicht zusammenfassen können, deswegen würde ich sagen, ist das der Punkt, an dem wir das einfach so stehen lassen, da können jetzt alle mal drüber nachdenken für ein paar Minuten. Ich darf mich bei allen Golferinnen und Golfern bedanken und auch alle, die noch nicht Golf spielen, fürs Zuschauen. Noch mehr würde ich mich freuen, wenn ihr uns ein bisschen Feedback dazu gebt, zu dem, was wir hier gerade erzählt haben und vor allem auch Feedback dazu, wie es denn eurer Golfanlage gerade geht. Läuft es noch gut? Habt ihr schon keinen Sand mehr in den Bunkern oder ist noch alles in Ordnung? Ich danke für heute und an dieser Stelle ganz herzlich und besonders Stuart Orm vom BVGA für seine Teilnahme hier und dass er uns mal ein bisschen Überblick und Einblick gegeben hat, wo die deutschen Golfanlagen denn vor dem Saisonstart stehen. Michael Basche, Frank Adamowicz, auch euch zwei wieder vielen Dank. Wir sehen uns nächste Woche wieder, dann schon im Zeichen des grünen Jacketts. Siegers und die Schäfer. Favoriten bereitlegen. Favoriten bereitlegen. Ich wollte es auch gerade noch mal sagen, mit Arore und dem Zeigefinger. Hier kommt ein Hitzewalkaner raus, ohne einen Tipp abzugeben. Da noch eine kurze Frage. Wisst ihr es? Spielt Tiger mit oder nicht? Nein. Spielt nicht? Nein. Ich glaube es auch nicht. Er hält es offen. Er hält es offen. Ja gut, wenn du etwas weißt, klar. Wer bin nicht du? Hey, ich habe mich angerufen, dieser Tiger, was geht ab? Nein. Vielleicht sagt uns das Tiger ja nächste Woche hier im Golfpost-Talk selber. Er hat zumindest seine Teilnahme am Golfpost-Talk noch nicht abgesagt. Von daher ist das alles noch offen und wir können hoffen. Und mit Blick auf die Uhr mache ich es jetzt ganz schnell, hier noch mal einer anfängt zu reden und sage Tschüss, bis nächste Woche. Danke auch. Danke, Stuart. Ciao. Danke, Tobi. Danke, Frank.